So, da fliegt der Hawk wieder rum und der baut auf dem See hier eine Arena. Und zwar bei I18 auf der Karte, wenn ihr das sehen könnt, wird hier eine Arena entstehen, die gerade der Hawk baut. Und Bratak ist auch online gekommen, da ist der andere Admin. Ich denke mal, die beiden werden das zusammenbauen. Ich habe jetzt mit denen noch nicht gesprochen, ich laufe da mal hin. Ihr seht den gerade nicht, da muss man ein bisschen rumlaufen, warte mal. Ich renne jetzt hier mal um den See rum, zur I18. Also ungefähr da. Da ist ein See bei I18. I19, I20. Wüste ist da. Am Rand der Wüste und am Rand vom Wald. Unten links auf der Karte, wenn ihr das sehen könnt, wenn ihr schon eine Karte habt. So, mal gucken. Ne, ich sehe nur nix. Ich bin so neugierig, aber ich gehe jetzt nicht hier rein. Abkühlen, es geht zu warm. Und Wasser lassen. Stimmt, es wird alles blau, wenn man reinpinkelt. Ah ne, es war schon blau. Okay. Weiter geht's. Schade, dass ich nicht fliegen kann. Egal, wäre auch zu einfach. Zack. Schön, wie die Sonne sich hier so spiegelt. Sonnenbrille? Ah, guck mal. Der Fehler wurde auch behoben mit der Sonne. Das ist jetzt kein Pixelfleck mehr, sondern eine richtig schöne Knallballer. 41 Grad Sonne, die hier 41 Grad knallt. Aber Jungs, ich sehe nix. Ach da, oder? Hä, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist doch irgendwas. Da ist was. Wo bauen die denn? Ich sehe gar nix. So, frage ich mal im Chat. Ich sehe noch gar nix. Arena. Ich sehe noch nix. Unter Wasser. Okay. Unter Wasser. Ach so, die bauen erst und dann... Ja. Okay. Das verstehe ich dann auch. Wo fliegen die Heinis denn jetzt rum? Hm. Ich weiß ja nicht, wie tief das hier ist. Ich will es auch nicht testen. Warte mal. Ich kann nur reinlaufen. Irgendwann fängt er an zu schwimmen, weil jetzt wird es tiefer. Ach, da hinten ist er. Da. Kann der eigentlich schwimmen? Ne, der säuft dann, ne? Warte mal. Ah. Ist ein bisschen verschwommen. Aber hier unten, da fangen sie an, halt die Arena zu bauen. Man sieht schon ein bisschen. Ja, ja. Oh, oh, oh. Ich sehe gleich, dass ich tot bin. Moment mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier drauf gehen, ne? So. Erstmal nochmal was. Warte. Unter Wasser. Warte, so war... So war... Warte, Moment. Neun Stück, neun Stück. So sieht man das. Sehr schön. Jetzt bin ich unter Wasser. Noch ein Stück raus wieder. Ich bin zu sehr unter Wasser. Nein, nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Ist was. Puh. Ja, ich glaube, ihr habt das gesehen. Wenn nicht, müsste man auf Stopp machen. So könnte das dann ungefähr aussehen. Ich laufe nochmal rum. So, in der nächsten Folge denke ich mal, geht das wohl fertig sein. Dann mache ich jetzt mal hier Stopp. Ich verhungere nämlich hier. Und zeige euch dann später mal den Rest. Bis dann, bis die Arena hier fertig ist. Also, I18. Ja. Und dann Klient, Rust, 134, Punkt 255, Punkt 229, Punkt 150, Doppelpunkt 28, dreimal die Null. So kommt er auf den Server von Hawk und Bratak. Ich hoffe, wir sehen uns mal hier. Wird bestimmt spaßig. Weil wenn man so eine fette Arena hat, kann man sich mal ordentlich rumprügeln so. Und dann mal schauen, wie das hier so wird. Bis demnächst. Tschüss.